Irgendwo tief im Westen, irgendwo zwischen Deutschland, Holland, Belgien, liegt das beschauliche Meuchelbeck. Ein Dorf, 500 Seelen, mehr oder weniger. Das ist deine Tante, meine große Schwester Mechthild. Am besten wir fahren wieder. Sarah, wir bleiben. Die Wohnung sieht aber besser aus, oder? Mhm. Top. Top. Mahlzeit. Mahlzeit. Und, bei euch so? Du weißt doch, wie die Leute hier sind. Mach ich sie nervös? Nö. So regeln wir die Dinge hier nun mal. Schon vergessen? Und hast du irgendeine Ahnung, wer... Nö. Ein Geheimnis. Ah. Ja. So sieht man sich wieder. Außerdem glaube ich, meine Tante ist nun neu daran. Meuchelbeck. Ab 24. August. 20.15 Uhr. WDR. Mach den Westen an. WDR. 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 WDR.